Ihr Collector's Residenz Oder zu deutsch die Residenz in Zusammenhass Herzlich Willkommen Borek hier Mit dem Guide zeige ich euch die schnellste Route Da sind wir auch schon direkt in Action Klimmert hier hoch holt euch die 2 Buffs und springt runter Champion Nummer 1 tot Hier ist es ein bisschen tricky Ihr lauft rein, direkt wieder raus Wenn ihr den Lightning Gun Build habt Schießt ihr einfach rein und haltet dann genug Das ist praktisch auch schon alles tot So Es gibt jetzt hier noch ein Spot mit Champion und dann noch sozusagen 2 3 Champions Die 3 könnt ihr auf jeden Fall killen Kollege Die 3 könnt ihr auf jeden Fall killen Eben auch gut Loot Und dann gibt es hier noch einen weiteren Der allerdings Ist zwar mit Sicherheit auch Er kann zu einem epischen Monster werden Solltet ihr auch Dadurch somit auch killen Falls ihr Ähm Wie sage ich das am besten Falls ihr die reine Instanz hier noch fahren könnt Weil die ist erstens ziemlich schnell Zweitens auch Auf das Zeitliche gesehen Und die Distanz Sehr viele Bosse aufeinander liegen Oder ziemlich nah beieinander Solltet ihr allerdings Solltet ihr allerdings Auf der Minimap dann Keinen Totenkopf Sehen Sondern nur einen reinen Schatz Dann lauft ihr halt zwar auch rein Und der Schatz nimmt sich dann hier Oder halt hier oben auf dem Plateau Ansonsten Ähm Ja wenn ihr halt einen Totenkopf seht Müsst ihr halt auf diesen Poste gehen Falls ihr keinen seht Lasst ihn aus Er bringt eh kein Blut Gut Dann bedanke ich mich Und wir hören uns im nächsten Video Und wir hören uns im nächsten Video